Mit dieser Omega-3-Pflanzenölmischung kannst du nicht nur deine Gehirnfunktion und deine Konzentration und deine Energie stärken, sondern auch deine Gesundheit. Das heißt, wenn du gesund bleiben oder gesund werden willst, ist es wichtig, dass du Omega-3 zu dir führst. Warum? Unser Körper kann gesättigte Fettsäuren und einfach ungesättigte Fettsäuren selbst produzieren. Und das nehmen wir aber gleichzeitig auch noch mit unserer Nahrung auf. Auch Omega-6-Fettsäuren, was sehr stark in unserer Nahrung drinnen ist, nehmen wir auf. Aber Omega-3, was unser Körper nicht selbst produzieren kann, also dreifach ungesättigte Fettsäuren, die fehlen uns. Und in dieser Mischung sind gleich hochwertige Pflanzenöle drinnen, die einfach sehr, sehr viele Wirkungsweisen haben und deinem Körper gut tun, deinem Immunsystem, deinem Gehirn und deinem Darm. In dieser Mischung sind drinnen Hanfsamenöl, Schwarzkümmelöl, Sandtornfruchtfleischöl, Nachtkerzenöl und der absolute Spitzenreiter Leinöl. Alle diese Öle haben eine bestimmte Wirkung auch gegen Allergien. Deine Haut verbessert sich, dein Immunsystem verbessert sich, deine Konzentration verbessert sich, Herz-Kreislauf-System. Die Öle wirken bei Verdauungsbeschwerden, bei Darmbeschwerden, bei Blähungen, gegen Stress. Die wirken entzündungshemmend. Das heißt, mit dieser Mischung bist du so gut aufgestellt, dass du deinem Körper einfach etwas Gutes tust. Und wie jedes einzelne Öl wirkt, das erfährst du auch, wenn dich das interessiert, gerne in meinem Online-Kurs Fette Pflanzenöle. Beziehungsweise, ich werde ja auch dir auf diesem Kanal zu den ätherischen Ölen auch immer ein paar fette Öle erklären. Beziehungsweise, du kannst mir natürlich auch gerne sofort eine Frage stellen, einen Kommentar, mich persönlich anschreiben. Auf alle Fälle bitte, diese Wirkungen, schau dir das an. Also das ist jetzt nur ein Mini-Auszug von dem, was dieses Öl oder diese Öle überhaupt können. Es ist unglaublich, wirklich. Und deshalb solltest du auf gar keinen Fall darauf verzichten. Ganz wichtig, was viele nicht wissen, dreifach ungesättigte Fettsäuren können einfach viel schneller ranzig werden. Warum? Weil sie einfach sehr stark arbeiten. Das heißt, diese Öle werden auch sehr schnell ranzig und kaputt. Das bedeutet, du musst es, wenn du das kaufst, erstens einmal, wenn es sich um Leinöl handelt, dann in den Kühlschrank stellen. Das ist ganz wichtig, kühl aufbewahren. Und du musst es bitte auch wirklich sofort verwenden. Also nicht irgendwo stehen lassen, sondern wirklich sofort verwenden. Das ist an dieser Stelle sehr, sehr wichtig. Ja, und weiteres zum mentalen Training, zum achtsamen Training. Fette Öle und ätherische Öle. Also alles rund um deine Gesundheit, um dein Wohlbefinden, um deine Gehirnleistung. Das erfährst du in diesem Kanal. Ich freue mich sehr, wenn du mir folgst.